Ja, hallo, ich bin Jenny. Erstes Lehrjahr beim Marktkauf. Am Montag hatten wir italienischen Tag. Da haben wir die ersten 100 Gäste mit einem Sekt begrüßt und einem Orangensack. Ab 11 Uhr war Verkostung von italienischen Produkten. Dann auch Verkostung von exotischen Früchten. Am Dienstag hatten wir Kindertag. Da war die Kita Hornhausen bei uns zu Gast. Mit denen haben wir dann gemalt und einen Einkauf für ein gesundes Frühstück gemacht. Okay, dann machen wir weiter. Ich bin Monique. Ich bin zweites Lehrjahr auch hier beim Marktkauf und die Woche haben wir Azubi-Woche. Ich sage jetzt, was wir am Mittwoch hatten. Wir haben da asiatisch gekocht für unsere Kunden. Richtig schön mit Kostüm als Chinesen. Dann hatten wir auch wieder exotische Cocktails. Am Donnerstag hatten wir unseren Ostergie-Tag. Da wollten wir unsere Kunden in die Zeit von früher versetzen. Wir sind rumgelaufen mit Pioniertüchern und hatten hier auch auf unserem Aufbau verschiedene Sachen von damals. Produkte wie Filinchen. Damit die Kunden wissen, dass wir das auch hier noch im Angebot haben. Mittags gab es Soyanka. Zum Arbrot gab es Kartoffelsalat mit Bockwurst. Ja, das war unser Donnerstag. Ja, ich mache mal mit Freitag Samstag Freitag. Also ich bin Jennifer. Ich bin im zweiten Lehrjahr hier bei Marktkauf. Freitag, also gestern, haben wir Kino gemacht. Wir haben ab 20 Uhr den Film 2 Uhr Küken gezeigt. Und vormittags halt ein Sachsenmilch-Frühstück. Mittags Kartoffelpuffer und Kartoffelecken. Und abends, also zum Kaffee, hatten wir dann halt Kuchen von Kathi. Heute, wie man sieht, Kinderschminken. Malwettbewerb, Schätzen, sodass für jeden was dabei ist. Eine tolle Woche hier im Markkauf. Und wir Azubis sind dabei. Denn wir sind Chef für diese Woche. Und so manche haben wir geschlagen. Die Eröffnung ist uns gelungen. Und die Aktionen gehen los. Wir werden kochen und verkosten. Und auch Kino läuft bei uns. Markkauf, Markkauf ist das Beste. Markkauf, Markkauf, jetzt geht's los. Ohne Kummer, ohne Sorgen, denn die Woche wird groß. Markkauf, Markkauf ist das Beste. Markkauf, Markkauf, jetzt geht's los. Denn am Ende wird mit Markkauf alles gut. Die letzten Wochen haben wir geschuftet. Und das, das war nicht immer leicht. Denn wir haben Azubi-Woche. und das war alles andere als Neid. Doch wir glauben, wir haben's gut gemeistert. Ja, davon sind wir überzeugt. Denn unsere Kunden kommen wieder. Denn unsere Kunden kommen wieder. Unser Ziel haben wir erreicht. Markkauf. Markkauf, Markkauf ist das Beste. Markkauf, Markkauf, jetzt geht's los. Ohne Kummer, ohne Sorgen, denn die Woche wird groß. Markkauf, Markkauf ist das Beste. Markkauf, Markkauf, jetzt geht's los. Denn am Ende wird mit Markkauf alles gut. Das ist das Beste.